Machen wir die Pics für heute. Ich habe eine kleine App mit einem schrecklichen Icon. Ich werde sie gleich nochmal raussuchen. Sie heißt Is It Snappy? Und zwar benutzt die die iPhone-Kamera, um ein Zeitlupen-Video von etwas zu machen, wo möglicherweise ihr darauf ausseit, dass zwei Ereignisse recht nah beieinander passieren. Zum Beispiel bei der Konsole der Input-Lag. Von dem Druck auf den Controller bis Mario auf dem Fernseher hüpft. Und das ist zum Beispiel bei dem NES Mini ziemlich katastrophal. Also ich habe das hier und das ist ziemlich schlimm. Und wenn du das mal hier bei dem Is It Snappy anschaust, dann kannst du halt hier das Video machen von dem Mario und dem Controller. Und dann drückst du da einmal drauf, nimmst das auf, so Mario springt. Und dann kannst du dieses Video Frame für Frame durchsteppen. Und der rechnet dir aus, also du machst den In-Punkt und den Out-Punkt, so gleich ist hier, ist Stopp. Dann machst du Input, also In-Out-Markierung. Machst du hier die In-, na komm, mach die In-Markierung, Frame 655. Und dann weiterscrollen, bis Mario sich bewegt. Und dann hast du die Out-Markierung und das sind dann 87 Millisekunden. Das ist ziemlich viel. Und im Vergleich dazu ist es dann halt Mario auf dem Röhrenfernseher. Da ist es halt praktisch keine Verzögerung. Und diese 80 Millisekunden, die machen halt den Unterschied, ob Mario lebt oder stirbt. Cool. Cool ab. Also vom Interface ist das furchtbar und schrecklich und katastrophal. Aber sie macht das, was sie behauptet. Und du kannst halt recht einfach damit mal so was abmessen. Also zum einen hat er auch mal gemessen für die Keyboards, die eingebauten Keyboards in Mac-Laptops. Das ist im Laufe der Zeit auch schlechter geworden. Mehr Input-Lag bei den Keyboard-Tastaturen vom MacBook Pro und sowas. Und auch ansonsten, wenn du halt irgendwelche Monitore vergleichen willst, so auf welchem Monitor springt Mario schneller und sowas. Ich habe jetzt hier gemessen, wie viel, also ich weiß das schon, aber ich habe es noch einmal gemessen, wie viel Latenz die Kameras hier im Vergleich zum Audio haben. Und mit der App habe ich jetzt gemessen 110 Millisekunden. Und das ist so die Hausnummer, die ich auch so schon mal gemessen habe. Und das ist ganz hilfreich. Damit ihr die richtige im App-Store findet, klickt ihr bitte den Link in den Shownotes von der Bitsonso 5.18. Aber ihr guckt dieses Icon nicht an, weil das ist... Oh, jetzt sehe ich es. Der Finger des Grauens. Ja. Übelste Finger-Grafik. Ja. Und kostet nichts und kann man mal ein bisschen mitspielen. Ich sage ja immer, am Icon kann man ablesen, wie viel Energie in die App geflossen ist. Und ich glaube, es stimmt hier auch. Icon ist schrecklich, User-Interface ist schrecklich, aber Funktion ist okay. Das gibt es ja auch ab und zu. Der Leo hat auch ab und zu mal so einen Pick, wo irgendwie das Icon ganz schrecklich ist und sieht alles furchtbar aus, aber macht halt irgendwie, weiß nicht, so Berge. Höhenprofil von Bergen anzeigen. Ja, ja, ja. Da sind manchmal schreckliche Icons dabei. Ja, also ist es snappy, wenn man zwei, drei Augen zumacht. Schrecklich. Hm. Ja. Ja.